Kann ich mal was deutsches sagen, oder? Ja, gerne. Habt ihr den Wunsch? Okay, geht's. Okay, das war schön mit euch. Macht's gut. Naja, also, Rolls-Crosby, kennt ihr ja bestimmt. Der hat so den einen oder anderen Song gemacht. Darum machen wir aber keinen. Das soll man sagen. Aber vielleicht mögt ihr den nächsten. In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Zwischen den und ich macht so mancher Quill eine riesengroße Kleckerei. In der Weihnachtsbäckerei. In der Weihnachtsbäckerei. Wo ist das so zu verblieben? Von den Liebsten, die wir lieben. Wer hat was im Zettel verschwemmt? Darum müssen wir es machen. Einfach weiter schlau'n gefasst. Schmeiß den Oben an. Wo ist das so zu verblieben? Wo ist das so zu verblieben? In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckereien. Zwischen Mehl und Milch. Zwischen den Mehl und Milch. Und so manche Leckereien. Eine riesengroße Plättereien. In der Weihnachtsbäckerei. Den in der Weihnachtsbäckerei. Brauchen wir nicht Stoß zu laden? Ohne Schlüsse und Zerkale. Und ein bisschen Zimt. Das stimmt. Unter Mehl und Milch der Röhre. Zwischendurch ein Markt der Viren. Und dann bekommt das Ei. Pass auf. Auf ein. In der Weihnachtsbäckerei. Gibt es manche Leckereien. Zwischen Mehl und Milch. Und so manche Leckereien. Große Leckereien. In der Weihnachtsbäckerei. Den in der Weihnachtsbäckerei. Wartig. Bitte mal zu sein, zu sein, zu sein. Sind die Drauen zum Klinken. Sind die Finger rein. Du schreit. Sind die Plässchen, die wir schlechen. Erstmal auf den Ofenblächen. warten wir gespannt und vom In der Weihand-Bäckerei gibt es manche Leckerei zwischen See und Milch und so manche Mechanologie große Leckerei In der Weihand-Bäckerei In der Weihand-Bäckerei Applaus